Batista verbrachte seine Tage damit, durch den Müllablagerplatz zu stöbern, um Gegenstände zu finden, die er verkaufen konnte, um etwas Geld zu verdienen. An einem scheinbar gewöhnlichen Tag wurde seine Routine unterbrochen, als er beobachtete, wie ein luxuriöses Auto parkte und ein elegant gekleideter Mann einen wertvollen Teppich aus dem Fahrzeug holte, nur um ihn auf einem Müllhaufen zu entsorgen. Doch was Batista entdecken würde, als er diesen Teppich ausreute, würde etwas Überraschendes offenbaren, das im Inneren verborgen war. Es war wieder ein grauer Tag im Leben von Batista, einem einsamen Mann, der schon lange einen stillen Kampf gegen die Geister seiner Vergangenheit führte. Das Gewicht der Erinnerungen lastete auf seinen gebeugten Schultern, wie eine dunkle Wolke, die sich weigerte, zu verziehen. Arbeitslos seit Jahren, schlenderte Batista über eine Mülldeponie, wo die Welt ihre gebrochenen Leben entsorgte. Seine wachsamen Augen durchsuchten Berge von Müll nach jedem Fragment, das sich in eine Handelsmünze verwandeln ließe. An diesem Tag schien das Glück fern zu sein. Batista hatte noch nichts gefunden, was wirklich lohnenswert war. Mit einem resignierten Gefühl beobachtete er, wie Autos Baustellenabfälle abließen und unerwünschte Trümmer auf den bereits desolaten Haufen warfen. Andere brachten einen Satz kaputter Plastikstühle und warfen sie gleichgültig auf den Müllberg. Die Sonne begann bereits zu sinken und tauchte die Mülldeponie in orange und rosa Töne, als Batista bemerkte, wie ein Luxusauto mit halb geöffnetem Kofferraum parkte. Es war eine Art Auto, die Batista nur aus dem Fernsehen kannte, ein Symbol für Reichtum und Überfluss, das in dieser Umgebung der Verwüstung seltsam und fehl am Platz wirkte. Batistas aufmerksame Augen richteten sich auf das Fahrzeug, neugierig, was daraus kommen würde. Mit Faszination beobachtete er, wie ein eleganter Mann aus dem Auto stieg. Seine teuer geschnittenen Kleider verrieten, dass er einer wohlhabenden Gesellschaftsschicht angehörte. Der Mann zog vorsichtig einen großen Teppich aus dem Auto und warf ihn mit einem Ausdruck aus Entschlossenheit und Bedauern auf den Müllhaufen. Er blieb dort einige Minuten stehen, starrte den Teppich an, als ob er gleich seine Meinung ändern und ihn zurücknehmen würde. Batista spürte die Spannung in der Luft, den inneren Konflikt, mit dem der Mann in diesem Moment kämpfte. Schließlich wischte der Mann einige Tränen weg, die hartnäckig aus seinen Augen entwichen, und zeigte eine überraschende Verletzlichkeit. Zögernd kehrte er zu seinem imposanten Auto zurück, das stark mit der Umgebung kontrastierte, und fuhr langsam davon. Der verlassene Teppich war nun Teil des Müllhaufens, und Batista näherte sich ihm mit Vorsicht. Er kannte nicht die Geschichte hinter dieser Geste, aber er spürte, dass dieser Teppich mehr als nur eine einfache Entsorgung repräsentieren könnte. Batista kniete vorsichtig nieder und strich über den eingerollten Teppich, spürte die luxuriöse Textur unter seinen rauen Fingern. Es war offensichtlich, dass dieser Teppich eine Geschichte hatte, und noch offensichtlicher war, dass es sich um ein wertvolles Stück handelte. Anders als fast alles, was er dort fand, war der Teppich makellos, als ob er sorgfältig bewahrt worden wäre. Seine lebendigen Farben und komplexen Designs waren ein wahres Kunstwerk. Während Batista die Schönheit dieses Objekts bewunderte, wandten sich seine Gedanken den Möglichkeiten zu, die es darstellte. Er wusste, dass er, wenn er den Teppich verkaufen würde, bedeutendes Geld bekommen könnte. Mit dem sorgfältig über den Schultern balancierten Teppich machte sich Batista auf den Heimweg in die hereinbrechende Nacht. Die Lichter der Stadt begannen um ihn herum zu leuchten und schufen einen markanten Kontrast zur Dunkelheit, die bisher über seinen Tag geherrscht hatte. Batista wusste, dass es besser war, bis zum nächsten Tag zu warten, um den Teppich in den Sekundhandladen zu bringen, wo er gewöhnlich die Schätze verkaufte, die er fand. Das kleine Zimmer im hinteren Teil seines Cousins, Haus war bescheiden, aber es bot Batista einen sicheren Hafen inmitten der harten Realität, der er gegenüberstand. Er war täglich dankbar für die Großzügigkeit seines Verwandten, der es ihm ermöglichte, dort zu leben, wissend, dass diese Hilfe für sein Überleben unerlässlich war. Als er mit dem sorgfältig eingerollten Teppich nach Hause kam, begann Batista vorsichtig, ihn auszurollen, und enthüllte allmählich die Details, die unter den Stoffschichten verborgen waren. Als sich der Teppich entrollte, weiteten sich Batistas Augen vor Überraschung. Er hatte nicht erwartet, das zu finden, was sich ihm darbot. Während Batista den Teppich vorsichtig entrollte, war er überrascht, eine Sammlung von sorgfältig darin eingewickelten Gegenständen zu finden. Alte Fotos, vergilbte Briefe, kleine Dekorationen, einige Kleidungsstücke und Parfümflaschen kamen aus dem Inneren des Teppichs. Es waren nicht nur zufällige Gegenstände, es schien, als ob jemand entschlossen war, Erinnerungen an die Vergangenheit auszulöschen. Während Batista die in dem Teppich gefundenen Gegenstände betrachtete, fand er sich in einer Reise in seine eigene Vergangenheit verwickelt. Die Gegenstände, die jemand anderem gehörten, lösten eine Flut von Erinnerungen aus, die ihn zu besonderen und aufregenden Momenten seines eigenen Lebens zurückbrachten. Die Briefe, obwohl er den Inhalt nicht gelesen hatte, erinnerten ihn an die Zeit, als er seine Frau Ligia kennengelernt hatte. Er sah in Gedanken den Moment wieder, als er sie zum ersten Mal auf einer Party sah, das sanfte Licht des Raumes betonte ihre Züge und ihre Schönheit. Er wusste in diesem Moment, dass er jemand Besonderen gefunden hatte. Batista pflegte ähnliche Briefe zu schicken, mit Gedichten, die er selbst schrieb, um all die Liebe auszudrücken, die er für seine Frau empfand. Er lächelte, als er sich an die Abende erinnerte, an denen Ligia seine Worte mit leuchtenden Augen las, und wie sie Momente der Zärtlichkeit und Leidenschaft teilten. Die Erinnerungen an diese Tage der Liebe und des Glücks erfüllten Batistas Herz mit Wärme und Sehnsucht. Er liebte seine Frau zutiefst, und die Erinnerung an diese besonderen Momente brachte eine Mischung aus Freude und Trauer. Als er die auf dem Teppich gefundenen Fotos betrachtete, lief ihm ein Schauer über den Rücken, als er den Bräutigam auf den Bildern als denselben Mann erkannte, der den Teppich weggeworfen hatte. Als Batista die Hochzeitsfotos genauer betrachtete, wurde er an einen völlig anderen Ort versetzt. Er sah die Freude und das Glück, die von den Bildern ausstrahlten, und erinnerte sich an seine eigene Hochzeit mit Ligia. Er erinnerte sich daran, wie umwerfend Ligia in ihrem weißen Kleid aussah, wie ihr Lächeln den Raum erhellte, als sie in die Kirche eintrat. Die Versprechen, die während der Zeremonie ausgetauscht wurden, die Gelübde ewiger Liebe und die Feier mit Freunden und Familie, all das war wie ein Traum, den er nicht vergessen wollte. An diesem Tag schien die Welt um sie herum verschwunden zu sein, und sie waren in einer Blase aus Liebe und Glück gefangen. Es war eine Erinnerung an eine einfachere und glücklichere Zeit, als er und Ligia zusammen waren und das Leben voller Möglichkeiten schien. Die Parfümflaschen, die unter den Gegenständen auf dem Teppich gefunden wurden, brachten Batista eine besondere und emotionale Erinnerung, das letzte Geschenk, das er Ligia gemacht hatte. Sie war eine echte Parfümliebhaberin, und er wusste, dass die Wahl eines Duftes, der sie begeisterte, der perfekte Weg war, um seine Liebe und Wertschätzung für sie zu zeigen. Ligia lobte immer Batistas Geschmack bei der Auswahl von Düften, die zu ihrer Persönlichkeit und ihrem Stil passten. Er erinnerte sich daran, wie sie lächelte und ihn liebevoll umarmte, jedes Mal wenn sie ein neues Parfüm als Geschenk erhielt. Als Batista sich in dieser Nacht hinlegte, das Herz von schmerzhaften Erinnerungen an seine jüngste Vergangenheit bedrückt, wünschte er sich zutiefst, die Zeit zurückdrehen und den Lauf seines Lebens ändern zu können. Vor nur wenigen Jahren hatte er die Position des Finanzdirektors in einem großen Unternehmen inne, eine Position, die ihm Stabilität und Erfolg verschaffte. Doch als das Unternehmen verkauft wurde und neue Eigentümer die Kontrolle übernahmen, wurden drastische Veränderungen eingeführt und Batista wurde entlassen. Es war der Beginn einer schwierigen und turbulenten Reise. Die Suche nach einem neuen Job erwies sich als ergebnislos, und die Frustration begann, sein Vertrauen und sein Selbstwertgefühl zu untergraben. Batista fand Zuflucht im Alkohol, um den Druck und die Enttäuschungen zu entkommen, mit denen er konfrontiert war. Die Sucht begann, sich in sein Leben einzuschleichen, seine Beziehungen zu untergraben und seine Ehe mit Ligia zu beeinträchtigen, der Frau, die er zutiefst liebte. Eine Nacht, als Batista betrunken nach Hause kam, war der Wendepunkt für Ligia. Sie konnte nicht länger ertragen, ihren Mann vom Alkohol verschlungen zu sehen und sich zu weigern, Hilfe zu suchen. Batista wiederum erkannte nicht, wie sehr der Alkohol zu diesem Zeitpunkt ein Problem in seinem Leben geworden war. Er verstand nicht, welchen Einfluss er auf seine Ehe und die Menschen hatte, die er am meisten liebte. Die traurige Realität, mit der Batista zu kämpfen hatte, war eine schmerzhafte Folge seiner vergangenen Entscheidungen. Indem er die Sucht über die Liebe seines Lebens wählte, war er einen düsteren Weg hinabgestiegen, der ihn in den Abgrund geführt hatte. Er war zu einem Schatten des Mannes geworden, der er einmal war, eine geschwächte und verletzte Version seiner selbst. In dieser Nacht träumte Batista von Ligia. Am nächsten Morgen entschied er sich erneut, den Teppich zu Sammens Urollen und ihn in die Ecke des kleinen Zimmers zu legen. Die Emotionen und Geheimnisse, die dieser Teppich bag, zu bewältigen, war eine Aufgabe, der er sich zu diesem Zeitpunkt nicht gewachsen fühlte. Stattdessen machte sich Batista wie gewohnt auf den Weg zur Mülldeponie, auf der Suche nach Gegenständen, die ihm einen gewissen Wert und finanzielle Erleichterung bringen könnten. Zu seiner Überraschung stieß er erneut auf dasselbe luxuriöse Auto wie am Vortag, das auf dem Gelände geparkt war, und der elegante Mann, der einst den Teppich weggeworfen hatte, durchwühlte nun verzweifelt den Müll. Batista trat mit Freundlichkeit und Besorgnis in seiner Stimme an den Mann heran. »Herr«, begann er, »wonach suchen Sie?« »Kann ich irgendwie helfen?« Der Mann, sichtlich beunruhigt, schaute Batista mit Augen an, die Verwirrung und Qual ausdrückten. »Ich habe etwas sehr Wichtiges verloren,« murmelte er, »etwas, dessen Wert ich erst erkannt habe, als es bereits zu spät war.« »Suchen Sie nach einem Teppich,« fragte Batista, obwohl er die Antwort bereits ahnte. Der Mann sah Batista mit einem hoffnungsvollen Blick an und antwortete bejahend. »Ja, genau das. Ein ganz besonderer Teppich. Ich habe ihn weggeworfen, und jetzt erkenne ich, dass es ein furchtbarer Fehler war. Ich muss ihn um jeden Preis finden.« Während sie zum Haus von Batista fuhren, teilte der Mann die Details hinter dem Teppichgeheimnis. Er erklärte, dass er erst vor zwei Monaten seine geliebte Frau an eine schreckliche Krankheit verloren hatte. Was Batista gefunden hatte, war weit mehr als nur einfache Gegenstände, dieser Teppich hatte einst das Schlafzimmer des Paares geschmückt, und die Gegenstände darin waren Schätze voller Bedeutung. Die gefundenen Briefe waren Aufzeichnungen der Liebes- und Zuneigungsworte, die sie zu Beginn ihrer Beziehung austauschten. Die Hochzeitsfotos zeigten die glücklichsten Momente ihres Lebens, als sie die Liebe feierten, die sie teilten. Die Kleidungsstücke waren ihre Lieblingsstücke, ein Stück ihrer Essenz, das er noch liebevoll bewahrte. Und die Parfümflaschen enthielten den Duft seiner verstorbenen Frau, eine Möglichkeit, sie nahe zu halten, auch wenn sie physisch nicht mehr präsent war. Der Mann teilte mit, wie er in einem Moment der Verzweiflung und Trauer diese Gegenstände gesammelt und in den Teppich gewickelt hatte, in der Hoffnung, dass er durch ihre Beseitigung den Schmerz lindern könnte, der ihn erstickte. Doch er hatte erkannt, dass das nicht die Antwort war. Er konnte die Erinnerungen an seine Frau und die Liebe, die sie teilten, nicht einfach auslöschen. Batista teilte auch seine eigene Geschichte mit dem Mann, indem er erklärte, wie diese Gegenstände ihn dazu gebracht hatten, über seine eigene Vergangenheit und die getroffenen Entscheidungen nachzudenken. Schließlich kamen sie bei Batista zu Hause an, und der Mann konnte den Teppich zurückbekommen, der all die kostbaren Erinnerungen an seine verstorbene Frau enthielt. Bevor er ging, drehte er sich zu Batista um und gab ihm einen aufrichtigen Rat. Batista, weder ich noch du können die Vergangenheit ändern. Was verloren ist, ist verloren, aber wir haben immer noch die Zukunft vor uns. Du hast deine Frau noch bei dir. Verpasse nicht diese Chance. Gehe zu ihr, bitte um Verzeihung, ändere dich und schreibe eine glückliche Zukunft an ihrer Seite. Batista folgte dem Rat des Mannes und traf die Entscheidung, eine Versöhnung mit Ligia zu suchen. Er war sich bewusst, dass der Weg vor ihm lang und herausfordernd sein würde, aber er war fest entschlossen, eine neue Zukunft an ihrer Seite zu gestalten. Der Teppich, der Erinnerungen und Reue hervorrief, diente als Erinnerung daran, dass wir zwar nicht das löschen können, was bereits geschehen ist, aber die Macht haben, eine andere Zukunft zu gestalten. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, erwägen Sie bitte, ein Like zu hinterlassen und sich das nächste Video anzusehen, das gerade auf Ihrem Bildschirm erscheint. Sind Sie noch nicht abonniert? Abonnieren Sie jetzt, um keine weiteren Videos zu verpassen und helfen Sie uns, noch weiter zu wachsen.